Ja, ich denke, heute ist ein spezieller Tag für unseren Klub, keine Frage, aber ich möchte hier erstmal an meinen Kollegen ein paar Worte richten, weil ich weiß ja, Elis ist mein Freund und als der hier übernommen hat, ich glaube, da war MSV Duisburg klinisch tot und er hat einen riesen Job gemacht, hat sie noch in die Relegation gebracht und es tut mir erstmal unheimlich leid für ihn, für seine Truppe, für den MSV, weil es ist ein toller Klub mit tollen Fans und ich weiß, ich bin heute der Glückliche und ich fühle da ganz ehrlich ein bisschen mit, weil Elis hat einen super Job gemacht und es tut mir jetzt leid, dass ich jetzt hier sitze, aber ich denke, wenn man es jetzt auch fair sieht, denke ich, dass es über die zwei Spiele verdient war, was die Mannschaft dann jetzt das letzte halbe Jahr geleistet hat, ist sowieso unglaublich, was die letzten zwei Jahre hier passiert sind, kann ich jetzt auch noch gar nichts vorrealisieren, da muss man erstmal ein paar Tage drüber schlafen. Ich weiß, dass wir ein gutes Team sind, ein unglaublich familiärer Verein, der zusammenhält und ich bin unheimlich stolz auf die Leute, die alle vor zwei Jahren dabei waren, wo wir noch Vertrauen der Zuschauer gespielt haben und für die freut es mich. Den MSV wünsche ich, dass er wieder aufsteht, dass er jetzt die Kräfte bündelt und schnell, wenn er in die zweite Liga kommt. Danke. Erstmal danke Bernd und Glückwunsch, absolut verdient, muss ich ehrlich sagen, auch was er gespielt hat, komplette Rückrunde, war einfach hervorragend. Ich habe auch euch verfolgt, auch wegen dir und ja, das ist auch nicht einfach so eine Serie zu starten, aber natürlich, wir sind hier nicht, um Komplimente uns gegenseitig zu machen. Ja, ich kann auch nur etwas sagen, leider im Sport sind Leidenschaft und zum Beispiel traurige Tage und euphorische Tage eigentlich aneinander. Das ist auch ein sehr, sehr trauriger Abend heute für uns und wenn man jetzt sieht, von sieben, acht Tagen oder von neun Tagen haben wir hier alle zusammen riesig gefreut über das Sieg gegen RB Leipzig und erreichen den Relegationsplatz. Eine Sache muss ich auch ehrlich sagen, alleine erreichen den Relegationsplatz war für uns etwas, wo keiner uns zugetraut hat. Das muss man auch ehrlich sagen. Wir haben überragene Rückrunde gespielt oder mindestens die letzten zwei Monate, wo wir permanent Punkte gesammelt haben und ich glaube auch, das war auch einer von den Gründen, wo wir am Ende, das hat uns richtig mental und psychisch sehr viel gekostet und vielleicht jetzt hier am Ende hat uns das Quäntchen Kraft und auch mentale Kraft gekostet. Ich meine auch erstmal in Würzburg, weil heute haben wir hier richtig gut angefangen. Wir haben bis 15. oder 20. Minute drei gute Chancen gehabt, plus 1-0 in Führung sind wir gegangen. Und dann natürlich mit dem Ausgleich haben wir auch das richtig, das hat uns richtig erwischt und danach haben wir Konzept verloren und haben wir nicht mehr diese Ruhe gehabt, diese Übersicht, den letzten Pass zu spielen, zum Abschluss zu kommen. Und ja, am Ende hat auch Würzburg sich in beiden Spielen durchgesetzt und wie gesagt, tut mir leid für alle, weil ich weiß, was MSV mich bedeutet, alle hier auch bedeuten viel und einzig kann ich versprechen, dass wir auch zurück direkt kämpfen werden, weil MSV gehört nicht in die dritte Liga und wir werden alles tun und machen, dass der Verein wieder aufsteht. Und ja, am Ende hat auch wieder aufsteht.